Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video über die Konstellation im Juni 2019. Die Sterne zeigen, dass im Juni viel gefeiert, gelacht und geflirtet wird, es locken verführerische Chancen, aber es drohen auch Herzschmerzen und Enttäuschungen, wenn wir nicht aufpassen. Wir erleben im Juni die zweite und intensivste Passage des Illusionsaspektes zwischen Jupiter und Neptun. Und dieser Aspekt bringt uns zum Träumen und weckt die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Doch wir sind dabei nicht immer realistisch. Ich habe diesen Aspekt in meinem Jahrbuch ausführlich beschrieben, weil er 2019 eine tragende Rolle spielt. Gleichzeitig ist der Schicksalsaspekt zwischen der Mondknotenachse Saturn und Pluto besonders aktiv. Wenn ihr mit diesen Themen noch nicht vertraut seid, dann schaut euch bitte auf jeden Fall meine beiden Specials über Jupiter und die Mondknoten nochmal an. Das sind die beiden wichtigsten Aspekte 2019 und die werden im Juni jetzt schlagartig von der Sonne, der Venus und Mars aktiviert. Das ist eine enorme Energie, die da frei wird und wir sind gefordert, liebevoll und achtsam damit umzugehen. Denn was wir im Juni tun, das hat langfristige Konsequenzen. Wir dürfen uns aber auch auf einen Monat mit kulturellen Highlights, tollen Festen, vielen Gelegenheiten zu feiern und großartigen Unterhaltungswert freuen. Und nicht zuletzt hat der Monat auch ein besonderes spirituelles Potenzial. Bevor wir näher in die Konstellation einsteigen, habe ich natürlich wieder eine Verlosung für euch. Gewinnen könnt ihr ein schriftliches Partnerhoroskop, denn im Juni sind Partnerschaftsfragen besonders betont. Oft geht es darum, ob man sich gegenseitig wirklich vertrauen kann. Natürlich könnt ihr auch jederzeit eine persönliche Beratung bei mir buchen, wenn ihr Bedarf habt. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr an meiner Verlosung teilnehmen wollt, schaut euch dazu bitte den Service-Teil am Ende des Videos genau an. Da erfahrt ihr mehr dazu. Und meine Gewinnerin aus der Verlosung im Mai ist Sabine Schäfer. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sabine. Dein Gewinn ist das schriftliche Geburtshoroskop von Cosmogramm mit der Deutung deiner Geburtslilith. Bitte melde dich unter meiner unten eingeblendeten E-Mail-Adresse, damit ich dir das Horoskop zusenden kann. Es wird auch wieder ein extra Video über den Mondzyklus im Juni geben. Der Neumond in den Zwillingen steckt voller interessanter numerologischer Hinweise und die Mondphasen verbinden sich auf geradezu magische Art mit den bedeutenden Konstellationen des Monats. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchensymbol oben rechts für die Benachrichtigungen aktiviert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das Video online ist. Und das wird so gegen Ende Mai sein. Der Monat beginnt mit guten Aspekten, denn die Venus im Stier steht harmonisch zu Saturn und Pluto. Das heißt, was gut durchdacht und geplant ist, lässt sich auch umsetzen und das gilt sowohl für partnerschaftliche Angelegenheiten als auch für das Finanzielle. In der Liebe sind vor allem feste und bestehende Beziehungen begünstigt, die mit diesen Aspekten mehr Tiefe und Verbundenheit erreichen und zwar auch in erotischer Hinsicht. Die Basis dafür ist Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Wir haben dann Erfolg, wenn wir unseren Prinzipien treu bleiben, und die Dinge realistisch betrachten und wenn wir uns in unseren Partnerschaften gegenseitig respektieren. Insofern ist der Juni auch ein guter Monat, um dem festen Schatz durch ein Geschenk seine Wertschätzung zu zeigen. Doch mit dem Neumond am 3. Juni beginnt sich die Spannung zwischen Jupiter im Schützen und Neptun in den Fischen aufzubauen. Sie weist auf eine Tendenz hin, eben nicht seinen Prinzipien treu zu bleiben, sondern sich Illusionen und Träumen hinzugeben und in Dinge mehr hinein zu interpretieren, als da ist, sei es in der Liebe oder bei beruflichen Entscheidungen. Beide Aspekte sind in dieser Neumond-Konstellation verankert, also sowohl der gute hier von der Venus zu Saturn und Pluto als auch der Spannungsaspekt zwischen Neptun und Jupiter. Und nun müssen wir entscheiden, wie wir uns verhalten, wenn der neue Mondzyklus beginnt. Wie entscheiden wir uns? Wählen wir das Aufregende, was uns traumhaft und leuchtend erscheint, oder wählen wir den realistischen Weg, der vielleicht nicht so prickelnd aussieht? Das können ganz banale Sachen sein, zum Beispiel eine Kaufentscheidung. Kaufe ich mein Traumkleid, obwohl es mir eigentlich eine Nummer zu klein ist, mit der Illusion, dass ich dann schon eine Diät mache und bald hineinpasse? Oder akzeptiere ich meine Figur so, wie sie ist und finde etwas, was wirklich zu mir passt? Und so kann es uns auch in unseren Partnerschaften gehen. Fange ich einen Flirt an mit jemandem, der traumhaft erscheint, aber der vielleicht schon gebunden ist oder auf eine andere Weise eine Illusion bleiben wird? Oder verzichte ich und suche weiter, wenn ich merke, dass so eine Beziehung keine realistische Grundlage hat? Flirte ich fremd, weil es mir in meiner eigenen Beziehung gerade nicht gefällt? Oder bin ich bereit, mich mit dem Partner zusammenzuraufen und eine Krise gemeinsam zu meistern? Denkt jetzt bitte nicht, ich hätte etwas dagegen, seinen Träumen zu folgen und sie zu verwirklichen. Aber die Spannung von Jupiter und Neptun weist darauf hin, dass wir das Träumen übertreiben und dass unsere Vorstellungen sich letztlich als unrealisierbar erweisen. Und dann folgt auf die Täuschung eben die Enttäuschung. Man muss sich eingestehen, dass ein Flirt nicht als Beziehung taugt und nicht funktionieren kann oder dass ein vielversprechendes berufliches oder finanzielles Projekt leider nur ein Luftschloss war. Deswegen sollten wir uns vornehmen, dass wir unsere Versprechen auch einhalten und zwar in erster Linie mal uns selbst gegenüber, aber natürlich auch anderen gegenüber. Und wenn wir von vornherein spüren, dass wir etwas eigentlich lieber nicht zusagen sollten, auch wenn die Idee noch so schön ist, dann sollten wir uns und anderen das auch eingestehen. Im Juni sollten wir uns öfter fragen, passt dieser Mensch oder dieses Projekt zu mir oder passe ich in eine Situation wirklich hinein? Und dann sollten wir unsere innere Antwort auch ernst nehmen. Weil der Neumond in den Zwillingen steht, kommt es auch sehr auf die Wortwahl an. Wenn wir ehrlich und von Herzen sprechen, auch wenn wir Nein sagen müssen, dann kann das zur Grundlage einer guten persönlichen oder beruflichen Beziehung werden, denn wir waren von Anfang an authentisch. Ab dem 4. Juni geht der Merkur in den Krebs. Dann sind Gespräche emotional gefärbt und unsere Gefühle spielen eine stärkere Rolle. Auch das könnte zu dem Dilemma führen, dass wir Dinge tun, weil sie sich gut anfühlen, obwohl wir eigentlich wissen, dass sie in realistischer Hinsicht nicht so gut für uns sind. Merkur im Krebs, dann denkt man auch oft ewig darüber nach, wie sich eine Sache entwickeln könnte und kommt mit Entscheidungen nicht voran. Am 9. Juni wechselt die Venus in die Zwillinge. Auch das kann zu einem Dilemma zwischen Beziehungswünschen und Gefühlen und unserer gedanklichen Einschätzung führen. Jemand gefällt uns, aber wir wissen eigentlich, dass das nicht funktionieren kann. Zwillinge, das ist auch die Energie von Mehrfachbeziehungen. Leicht, locker und unverbindlich, aber nicht unbedingt mit einer realistischen Grundlage. Im Laufe des Monats wird der Illusionsaspekt zwischen Jupiter und Neptun mehrfach aktiviert. Erst von der Sonne um den 10. und 11. herum und zur Monatsmitte dann von Jupiter und Neptun selbst und dann zwischen dem 20. und dem 24. nochmal von der Venus. Zwischen dem 10. und dem 24. Juni haben wir also eine kritische Phase, die sehr verwirrend sein kann und in der wir auf der Suche nach Spaß, Abenteuer, Erotik und Flirt oder auch nach finanziellen Gewinnen in ein Liebes- oder Finanzdesaster hineingeraten können. Einfach, weil wir gerne den Blendern und Illusionisten glauben wollen, die uns mega Versprechen machen. Wenn wir nicht realistisch bleiben, können wir Personen oder Situationen komplett falsch einschätzen und das kann zu Herzschmerzen führen oder beispielsweise dazu, dass wir uns in eine Schuldensituation begeben, die wir später gar nicht mehr händeln können. Auch Kaufentscheidungen können sich später als ein Fehler erweisen und es kann schwierig werden, eine Erstattung zu bekommen oder den Kauf rückgängig zu machen, weil wir einen Vertrag unterschrieben haben, ohne das Kleingedruckte zu lesen. Es ist so ein bisschen wie beim rückläufigen Merkur, nur mit schwerwiegenderen Folgen, weil Fehlentscheidungen größere Konsequenzen haben. Deswegen sollte man während dieser kritischen Phase am besten ganz auf wichtige Kauf- und Finanzentscheidungen verzichten, wenn es möglich ist, es sei denn, man weiß wirklich ganz genau, was man tut und kann die Sache ganz klar einschätzen. Auch der eigene Ruf kann unter diesen Konstellationen leiden, weil beispielsweise andere Gerüchte streuen oder Absichten vermuten, die man gar nicht hatte. Deswegen sollten wir uns von Gerüchten fernhalten und auch selbst nicht unbedacht Dinge daher sagen, ohne die Wahrheit zu kennen. Und wenn wir selbst merken, dass jemand anders über dritte unwahre Gerüchte streut, sollten wir dazwischen gehen und das richtig stellen, denn all das kann viel Schaden anrichten. Während der kritischen Phase findet der Vollmond statt, nämlich am 17. Juni und wirft gewissermaßen ein Schlaglicht auf alle Angelegenheiten, die wir bis dahin angefangen haben. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video über den Mondzyklus, sobald es online geht. Und das ist besonders wichtig, der Mars wird die Mondknotenachse passieren und sich dabei mit Merkur treffen und zwar zwischen dem 10. und dem 20. Juni. Das sehen wir hier. Und dann können Gerüchte, Unwahrheiten und enttäuschte Gefühle dazu führen, dass es in Beziehungen zu einem Bruch kommt, der sich kaum wieder reparieren lässt. Denn der Mars steht ja dann auch in Opposition zu Saturn und Pluto und das bedeutet, dass es keine Vergebung gibt. Wenn wir was getan haben, mit oder ohne böse Absicht, dass jemand anderen wirklich geschadet hat, dann wird diese Person das kaum verzeihen können oder sogar auf Rache sinnen und versuchen uns ebenfalls wehzutun. In diesen 10 Tagen sollten wir Konflikte weiträumig umgehen, denn es gibt keine Win-Win-Situationen. Einer muss immer verlieren und selbst die Person, die gewinnt, wird dabei langfristig einen Verlust erleiden. Wir dürfen also Auseinandersetzungen nicht eskalieren lassen, sondern müssen unbedingt Kompromisse anstreben, selbst wenn wir sicher sind, im Recht zu sein. Mit Mars Saturn geht es nämlich nicht darum, wer Recht hat, sondern wer am meisten profitiert davon, wie der Streit ausgeht. Das ist das Gemeine. Wir dürfen also keine Gerechtigkeit erwarten, vor allem, wenn unser Gegenüber in einer Machtposition ist. Wenn sich eine Konfrontation überhaupt nicht vermeiden lässt, müssen wir vorher schauen, ob wir zuverlässige Unterstützung und Verbündete haben. Wenn nicht, dann lieber die Faust in der Tasche ballen und die schwierigen Aspekte vorüberziehen lassen. Es gibt jedoch einen Ausweg und den zeigt uns Neptun. Der steht nämlich hier in Harmonie zu dieser Streitkonstellation und das noch bis September. Wenn es uns gelingt, spirituellen Prinzipien zu folgen und die universellen Gesetze der Liebe hochzuhalten und uns nicht provozieren zu lassen, können wir uns damit sogar Respekt verschaffen. Zumindest werden wir dann mit uns selbst und denjenigen, die das genauso sehen, im Reinen sein. Mars, Saturn und Neptun in Harmonie, das bedeutet auch, wir können wirklich tatkräftig anderen helfen. Zum Beispiel, wenn tatsächlich jemand mit unwahren Gerüchten attackiert wird, können wir das korrigieren und der Person behilflich sein, das richtig zu stellen. Die Aspekte begünstigen alle Evolutionsagenten, das heißt alle Menschen, die helfend, therapeutisch oder beratend im Einsatz sind. Und zwar den ganzen Monat über. Am Freitag, den 21. Juni um 17.54 Uhr ist dieses Jahr die Sommersonnenwende und der offizielle Sommeranfang. Das ist immer dann, wenn die Sonne auf 0 Grad Krebs geht hier. Und wir haben dann den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres und wenn das Wetter mitspielt, werden in unseren Wäldern die Glühwürmchen tanzen und die Magie der Sommersonnenwende spürbar werden lassen. Die Sonne läutet damit eine neue und sehr wichtige Zeitqualität ein, denn sie wird sich dann am Neumond am 2. Juli mit der Mondknotenachse verbinden und dabei kommt es dann zu einer totalen Sonnenfinsternis. Das ist nochmal ein ganz entscheidender Hinweis darauf, dass es sich lohnt, achtsam zu sein und mit sich selbst im Reinen zu bleiben, bei allem, was wir im Juni tun und wie wir handeln. Denn die Sonnenfinsternis wird uns einmal mehr mit den Konsequenzen unseres Handelns und mit unserem Karma in Kontakt bringen. Am 27. Juni geht der Merkur ins Zeichen Löwe und wir werden in der Kommunikation wieder selbstbewusster. Dieser Übergang läutet dann auch die nächste Phase mit einer neuen Marsenergie ein, denn der Mars wird ab dem 2. Juli für sechs Wochen durch den Löwen laufen. Mein Tipp für den Juni ist, dass wir wichtige Entscheidungen entweder auf die Zeit bis zum 9. Juni legen oder auf die Zeit zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli. Danach wird dann der Merkur rückläufig. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem Video für den Juli. Bis dahin sollten wir uns auf das konzentrieren, was an den Konstellationen im Juni super ist. Sie haben nämlich einen sehr hohen Spaß- und Entertainmentfaktor und sind auch gut für viele soziale Aktivitäten. Es wird im Juni sicherlich viele Gelegenheiten geben, zu feiern, tolle kulturelle Veranstaltungen zu erleben und sich an Musik und Kunst zu erfreuen oder vielleicht auch an einer tollen Zaubershow, denn dafür sind die Aspekte perfekt. Wer künstlerisch tätig ist und auf der Bühne steht, kann sicherlich große Erfolgserlebnisse feiern und spirituelle Menschen können dann durch ihre Arbeit und ihre Übungen mächtige Impulse setzen, die helfen, das Gleichgewicht zu bewahren. Und wenn wir es dann noch schaffen, es nicht zu übertreiben mit dem Feiern, dem Trinken, dem Flirten, mit den Versprechen, die wir machen und mit dem Geld ausgeben, dann sollten wir gut klarkommen und uns sogar zeitweise prächtig amüsieren. Wie sich die Konstellationen für die Sternzeichen auswirken, das erfahrt ihr dann in dem langen Video für die zwölf Sternzeichen, sobald es online geht. Und jetzt bleibt dran, jetzt kommt der Service-Teil, da geht es um meine nächsten Termine und Angebote und natürlich um die Verlosung. Das waren eure Sterne im Juni und jetzt habe ich noch ein paar wichtige Infos und die Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich gern über meine Homepage oder meinen Kundentelefon kontaktieren. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Neumond-Talk am 3. Juni um 21 Uhr. Und in der Sendung verlose ich eine 15-minütige Live-Beratung. Dazu müsst ihr euch bitte mit einer E-Mail anmelden und die Infos findet ihr auf meiner Homepage. Der Livestream findet dann auf meinem YouTube-Kanal statt. Am 7. Juni um 19 Uhr ist dann schon der nächste Termin. Da gebe ich ein Webinar über die Lilith-Transite, Begegnung mit der weiblichen Uhrkraft. Wenn die Lilith wichtige Punkte im Horoskop berührt, löst das oft starke seelische Reaktionen aus und das schauen wir uns näher an. Falls ihr an dem Abend keine Zeit habt, live dabei zu sein, könnt ihr nachträglich noch das Video des Workshops buchen. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr auf meiner Homepage unter Vorträge und Seminare. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt ein schriftliches Partnerhoroskop gewinnen. Denn im Juni wird es viele Liebesangelegenheiten zu klären geben. Da kann es sehr nützlich sein zu wissen, wie man mit dem Herz allerliebsten oder Flirt-Kandidaten zusammenpasst. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Mehr über die bedeutenden Konstellationen des Monats erfahrt ihr in den Videos Abenteuer und Verheißung über Jupiter im Schützen und den Illusionsaspekt zu Neptun. Und in dem Video Finde deine Heimat gehe ich ausführlich auf die Bedeutung der Mondknoten ein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.